Hallo und willkommen auf unserer Reise nach Funchal in Madeira. Gewohnt haben wir hier im Melia Mare Resort, welches wir euch in einem separaten Video vorstellen. Dies könnt ihr auf unserem Kanal finden. Hier sind wir in der Hotelzone von Funchal mit den vielen tollen natürlichen Stränden und dem glasklaren Wasser des Atlantiks. Und jetzt geht es auch schon hinein ins Stadtzentrum von Funchal. Wir sind hier direkt am Hafen, an der Uferpromenade. Dann gehen wir auch schon in die Altstadt mit den vielen Restaurants und Cafés. Mit toller Stimmung und sehr guter Livemusik. Und natürlich gab es auch für uns ein Abendessen mit typischen Gerichten. Das ist ein Rüsten aus Madeira. Danke. 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 Nice to take a picture with that. I'm going to put just three pieces here. Yes. I'll go back later on if you want to do it yourself. It's with you, okay? Thank you so much. Enjoy it. Thank you. Und mit einer tollen Aussicht auf Funchal beenden wir den Abend. Den nächsten Tag beginnen wir mit einem Spaziergang durch die vielen Parks hier direkt in der Innenstadt. Bevor wir dann weiter Richtung Rathaus und die kleinen Gassen der Altstadt mit ihren vielen Geschäften gehen. ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Eine Fahrt mit der Seilbahn hinauf zum Monte, über die Dächer der Stadt. Ja, und hier oben vom Monte Palace, dem Tropical Garden, hat man nicht nur einen wunderbaren Blick über Funchal, den Atlantik. Auch der Park selbst ist wirklich wunderschön mit vielen tropischen, subtropischen Pflanzen, Wasserfällen und Kunstwerken. Ein wirklich toller Park. Man sollte hier allerdings viel Zeit mitbringen und auch gut zu Fuß sein. Entschuldigung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und Madeira ist natürlich auch berühmt für seinen Wein. Und wir haben einen aufgespritteten Wein. Und selbstverständlich haben wir deshalb auch einen Produzenten besucht. Wir waren bei einem der größeren Hersteller bei Blendys in Funchal und haben dort eine Tour wahrgenommen. Diese gibt es auch in deutscher Sprache. Und das Wichtigste anschließend haben wir natürlich viele der angebotenen Madeira-Weine verkostet. Und jetzt geht's und wir kommen jetzt auch schon weiter zur berühmten Markthalle von Funchal, dem Mercado dos Lavradores. Hier wird alles angeboten, was die Insel und das Meer rundherum zu bieten hat. Und wir sehen hier ganz frischen Fisch und natürlich auch viel Gemüse hier direkt von den Mauern der Insel angeboten. Nach einem kurzen Blick über den Hafen von Funchal hier von der Residenz des Gouverneurs geht's weiter zum Botanischen Garten. Weil er sich auch wieder in den Bergen befindet und von hier aus hat man auch wieder einen wunderbaren Blick über Funchal und kann wirklich viele verschiedene Pflanzen genießen. Und mit der Gondel ging's auch wieder zurück vom Botanischen Garten in die Stadt. Und das war's auch schon wieder hier von Funchal. Wir fanden's toll hier und wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Danke fürs Zuschauen und Tschüss aus Madeira.